Die Aufgabe, die hier gestellt ist, bedeutet berechne den Schnittpunkt. Wir können den Schnittpunkt ablesen, der ist bei minus 2 und 0, aber die Aufgabe lautet dennoch berechne ihn und dazu muss ich die Gleichungen aufstellen, also y gleich mx plus t für die Gerade und y ist gleich hier, jetzt kann ich den Scheitel ablesen und ich weiß, es ist eine Normalparabel, also a ist 1, machen wir trotzdem hier rein. Also a mal x minus xs zum Quadrat plus ys. Die Gerade ist in dem Fall interessant, weil ich hier dieses t nicht sehe, t ist gleich, das ist so weit weg. Ja klar, ich könnte hier ein bisschen tricksen, ich könnte hier einfach sowieso weitermalen, aber die Gefahr besteht ja, dass die Aufgabensteller uns hier in die Irre führen oder dass es nicht genau bei 5 liegt, sondern bei 5,1 oder sowas. Da gibt es jetzt aber eine andere Möglichkeit, was ich schon sehe, sind also Punkte, ich habe hier den Punkt minus 2, 0 und hier habe ich den Punkt minus 1, minus 2. Gut, und ich weiß, y ist mx plus t, bei den Punkten immer drunter malen xy, xy, die Steigung, die sehe ich ja, das liegt jetzt ein bisschen blöd, aber es lässt sich ja alles verschieben. Die Steigung der Geraden, ich habe hier einen Punkt und ich habe hier zwei Einheiten, hier eine Einheit und ich weiß, es geht bergab. Das heißt, m ist hochdurchquer, zwei Einzel und es geht bergab, also minus, also ist minus 2. Gut, also y ist minus 2x plus t. Ja, und ich habe Punkte. Da kann ich doch, wenn ich hier den Punkt habe, x ist minus 2 und y ist 0, das einfach einsetzen. Also, y ist 0, ja, ist minus 2, jetzt hier minus 2 plus t. Also der, genau, hier ist die 0, hier ist die minus 2, eingesetzt, fertig. 0 gleich, minus mal minus ist plus, 4 plus t, rüber damit, minus 4, minus 4 gleich t, gewonnen. Ich habe m, ich habe t, also y gleich minus 2x minus 4 gegeben. Die Parabel ist leichter, ich weiß, a ist 1, a gleich 1, xs ist minus 1, ys ist minus 1, also y gleich einmal x minus minus 1, also x plus 1 zum Quadrat minus 1. Wunderbar. Wenn ich schneiden möchte, muss ich die gleichsetzen. Zum Gleichsetzen räumen wir ein bisschen Platz. So, weg damit und los geht's. Also, x plus 1 Quadrat minus 1 gleich minus 2x minus 4. Das Binom, x Quadrat plus 2x plus 1 minus 1, also das ist der erste Binom, a plus b, Klammern zum Quadrat, ist minus 2x minus 4. Aufräumen, alles auf eine Seite, plus 2x und plus 4. Dann haben wir x Quadrat, 2x und 2x ist 4x. 1 minus 1 fällt weg, dann kommt die 4 dazu, plus 4 ist 0. Jetzt würde ich, Mitternachtsformel, haben wir hier offiziell nicht, quadratisch ergänzen. Quadratisch ergänzen, das mache ich immer mit der Hälfte von dem, was hier steht. Die Hälfte ist 2. Aber ich stelle fest, ich muss gar nicht kompliziert quadratisch ergänzen, weil das ist ja schon, das ist wirklich zufällig ein Binom. Ich ergänze jetzt einfach trotzdem. So, also x Quadrat plus 2 mal 2x plus 2 Quadrat minus 2 Quadrat plus 4. Also, ich habe jetzt brutal, weil ich es offiziell nicht gesehen habe, mit 2 ergänzt. Und dann steht hier, x plus 2 in Klammern zum Quadrat, also der Teil ist ja das Binom, ja und hinten fällt alles weg. Ist 0. Jetzt die Wurzel ziehen. Und dann habe ich x plus 2 gleich plus oder minus 0. Ich schreibe das hin, das plus minus darf man nicht vergessen, aber bei 0 ist es egal. Es gibt keine zwei Fälle. 0 ist 0. Minus 2 x gleich minus 2. Ui, das hatten wir eigentlich schon. Ja, ist ein bisschen mathematisch. Das, was man eh schon weiß, nochmal im Ausrechnen. Wenn ich dieses minus 2 hier einsetze. Hier bin ich, genau. Also, wenn ich das minus 2 für x einsetze, kommt für y 0 raus. Wenn ich das minus 2 hier für x einsetze, kommt auch bei y 0 raus. Der Punkt ist nämlich minus 2 0. Das ist der Schnittpunkt. Und bei der quadratischen Ergänzung hat man meistens zwei Lösungen. In dem Fall nur eine, weil ich eben da hinten die 0 hatte. er vorsteht sich hinuje. Und bei der quadratischeniday 떠�ont sich bereitstellt, ich kann das nicht mehr so brauchen да wir das ja. Oder das ist ja Maryland. Und das ist ja die Alternative hoch jogos.